Reste über Reste Kuchen Orangen Orangen sind immer noch voll Ich hab extra so Orangen gut gestellt Hähnchen Hähnchen Haben wir noch mehr Hähnchen Okay Wir nehmen halt kein Hähnchen Pommes Pommes haben wir da So Pizza Pizza haben wir da Pizza haben wir Ähm Hast du noch Pizza rein? Alter Warum passt da nicht so viel Pizza rein? Du musst doch mal da hin Und keine andere Wahl Liendisch ist auch alle So Mehl Mehl So Das andere Mehl Nee das gleiche Mehl So Die Katze sind wieder voll Ja die Katze sind wieder voll Obwohl es 9 Uhr ist ne In Deutschland wird sowas nicht geben Da wäre schon 20 mal rausgeflogen Wir fliegen die ganzen Pakete rum Toll Äh Süßigkeiten Habt ihr Süßigkeiten schon abgefüllt? Süßigkeiten passt doch garantiert noch was rein Na toll Aber nicht mehr so viel Wie gedacht Warte dann müssen wir da feststellen Weil jetzt fliegt ja alles durch die Weltgeschichte Hier fliegt alles durch die Weltgeschichte Hier fliegt alles durch die Weltgeschichte Das ist alles gar nicht gut Drei Schokolade 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 Du bist ja auch verkehrter Ne So Was haben wir hier? Salz ach wir haben auch gar kein dienst wir haben auch gar keine butter bestellen wir haben doch gar kein fachsum butter das ist auf sorry das geht die ganze zeit nur hin und her ich muss danach füllen hatte pendius darin ist schon am eskadieren eine kasse der weiß ich meine das war jetzt nur die bestellung die wieder forschung gemacht haben ich möchte nicht wissen ich möchte ja nicht wissen wie viel die davor für den danach dennoch gekauft haben wir haben es gleich es ist alles noch alles von wahrscheinlich das bleibt wieder alles leer und ich darf noch mal die gleiche menge bestellen was so schön ist immer die nehmen jetzt schon die ganzen sachen daraus und die sind weg verschwunden ein universum lost in space betränke nein so 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 hier fehlt noch irgendwie was so ein hähnchen hauptsache das hähnchen ist aber drei kilometer weg so immer noch was los jetzt geht nicht schade ja es könnte schneller sein alter die milch ist völlig hinüber völlig hinüber gottes namen sie steht ja immer noch zum einkaufen wurde mich verarschen danke super super ja ich würde sagen wird ich finde ich bin die wir doch nicht voll da kann ich doch nicht so viel wenn du keine orientierung sind hast aber das ist ziemlich gut dass sie so nachfüllen und die geschirr spielt das sind die geschichte tats oder nicht oder haben wir wir haben das haben wir neu das haben wir neu und die tiefgutung haben wir doch neu oder oder waren die vielleicht gerade alle und er hat die den nacken füllt das kann sein möglich sein ich weiß es nicht ja anscheinend ist das wirklich schade bei der anderen mod muss ich tatsächlich noch mal gucken ich meine die sind ja jetzt am ableveln aber gucken wir doch einfach mal obere stufen freischalten kassierer obere stufe schalten genehmigen so und jetzt könnt ihr weiter geben okay ich verstehe jetzt können die sogar mehrere sachen betragen jetzt können die mehrere sachen auffüllen das ist ja gut ich bin gespannt hat der pernil was du willst alles drauf was du bist es ja mit zwölf drei level höher also müssen wir ab und zu mal reingucken und dann freischalten wir sollten vielleicht noch mal in kunstrechnung bezahlen lizenzen 1900 ich glaube nicht dass sie das schaffen ich glaube nicht dass sie das schaffen warten wir lieber noch einmal 4400 ja also wie das jetzt aussieht und wenn wir dann wieder neues lager kriegen also neuen platz wo wir das dann auch alles unterbringen können weil im moment ich wüsste nicht mehr wohin damit vielleicht jetzt mal hier noch kleine schränke so dazwischen stehen kann aber das ist ja schon schwierig wenn da und da könntest du nicht passen dass wir hier noch welche zwischen stellen aber dem wasser das aber auch also die mod ist richtig gut habe ich jetzt aber leider nicht wie die heißt customers customers war es nicht customers war es wirklich nicht wie hieß die denn noch mal ich kann euch das sofort sagen augenblick konfiguration plötzlich klack ins employee training programm also employee training programm trainings programm heißt das damit trainiert und das die mod finde ich richtig gut und das hier mit der order das war denn nun oder damit so heißt die glaube ich also dass man unendlich viele sachen machen kann ich meine die füllen jetzt natürlich auch für die bekloppten was mal die reiz haben wir nicht aber dafür haben wir schon keine milch mehr aber wir müssen mal kurz pause machen ich bin sofort wieder da ich das das spiel meinen kurz weiterlaufen dann müssen wir gleich weiter gucken so die beiden sind fertig zu machen mir ist doch mal schnell und da kommen wir mal kurz in den neuen tag einschaden 70 gäste produkte nicht gefunden ja gut und da flaschen mozarella wasserflaschen können so bleiben die sind geil und die sind okay meal was für mir war das denn jetzt machen wir ja cool was war es noch was war das denn noch ich trinkt mein kurzes schluck kaffee da war doch noch irgendwas ach mozarella genau mozarella mozarella wo haben wir denn da 5 euro oh gott ja da ist noch viel was wir nachbestellen müssen wenn die wirklich fertig sind dann ist das echt noch viel was wir nachbestellen müssen und das ist dann müssen wir dann erstmal gucken dass wir hier irgendwie also pass mal die müssen wir auf jeden fall nachbestellen okay ich meine wir haben auch nur 3600 also so ist das ja nun nicht das rechnung bezahlen so dann gucken wir mal kurz was müssen wir dann nachbestellen 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 die sind voll diese voll die sind glaube ich auch voll was ist denn wenn wir jetzt darauf klicken ok 3 4 die sind voll die brauchen wir noch einmal den hier brauchen wir noch einmal den hier brauchen wir jetzt zweimal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 1 2 3 4 machen wir auch mal 4 zweimal 1 mal 2 mal 2 mal 2 mal so na guck mir mal wie viel geld hat es kostet 2300 das liegt schon wieder alles durch die weltgeschichte so erstmal hähnchen warte mal hier haben wir auch noch von die und die denn wenn ich jetzt gar nicht bin ich die gar nicht die waren da oben drin jetzt habe ich viel wasser nachgestellt so noch mehr zu ich weiß dass es im moment nur hin und her laufen aber wir müssen das dann machen und das nützt man alles nicht und die jungs müssen die ganze zeit auffüllen so was haben wir hier noch bleiche das hähnchen ist explodiert noch mehr hähnchen wahrscheinlich die toilettenpapier kann sein dass wir gleich noch mal was nachbestellen müssen aber moment so honig jetzt bisher das teuerste daran noch glaube ich so die müssen sie sowieso dass man bekommt was marie was marie wenn sie sachen nein ich mich verschleppen das ist nicht in ordnung so fertig was das wert ich die müssen wir man da anpacken das war das für die großen nachkriegen so abelsaft was marie wir brauchen dafür keine dämliche liste oder sowas machen wir nicht nein nein ich bin nicht mehr frage ich möchte nicht mit haben da so da haben wir noch mehr da haben noch mehr und noch mehr klinisch und diese gute zucker die wieder sachen da oben okay scheint aber alles so gut so ist voll warum haben wir so viel man manchmal klappt das aber auch nicht macht aber auch nichts sowas war also mich für mich und flex wasser weißt du was wir können dadurch schon mal kurz aufmachen so kass ist gesperrt also ist alles gut süßigkeiten geht noch nicht so mit honig müssen wir nicht durch sein was marie ihr könnt ihr mich schon wieder gleich wieder einräumen man ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich weiß was ist hier noch nur den nein hier waren nur den so was mani was mani ist wieder voll reiniger da Cumplex Bis zum nächsten Mal.